Hallo. Wunderbar. Achso. Ich will es nicht mit dem Controller gut zu wissen. Dann sollte ich den vielleicht auch mal einschalten. Ich muss jetzt für mich wieder ein bisschen leiser machen. Oh, recht. Sollte es ganz gut funktionieren. Ah, mein Maus darf weg. Ein neues Spiel. Wir wollen Überland 1 spielen. In der Legendary Edition sind also beide. Wir haben nach rechts freigeschaltet. Sehr gut, jetzt haben wir nach links freigeschaltet. Also das Spiel geht grundsätzlich darum. So stellt die Entwicklung, also so die Videospielgeschichte, die Entwicklung davon. Quasi in einem Spiel da. Also es geht los mit so einem billigen Sidescroller, wo wir nur von rechts und nach links können. Und haben jetzt die 2D Bewegung freigeschalten. Mehr noch nicht. Jetzt haben wir einen einfachen Bildlauf freigeschalten. Und so mit diesen Kisten, kriegen wir halt immer mehr neue Features. Zum Beispiel Soundeffekte. Sehr wichtig. Wir haben gebrockte Frames sehe ich schon. Aber eigentlich. Ich muss den Stream wahrscheinlich ganz kurz neu starten. Ich bin sofort wieder da. Ich habe das Programm noch nicht als Administrator ausgeführt. Das ist meistens schlecht. Einen glatten Bildlauf. Schön. Wenn wir das auch endlich haben. So, hier komme ich noch nicht hin. Immer ein Schwert freigeschalten. Mit dem wir jetzt hier so ein bisschen rumpiksen können. Oh, Monster freigeschalten. Wollen wir aber nochmal kurz zurückgehen. Weil wir hier ein paar Sachen übersehen. Also. Übersehen ist das falsche Wort. Noch nicht geholt haben. Stern zum Beispiel. Die Sammelobjekte in Evil Land. Wunderbar. Also einen der 2 Sammelobjekte soweit ich weiß. Die andere sind die Karten. Um Doppelzwilling zu spielen. Was auch immer Doppelzwilling ist. Mir sagt Doppelkopf was. Das müsste was wie Schafkopfen sein. Sehr gut. Ach, der erste Tod direkt. Geh. Ach, ich darf nur das Spiel anfangen. Wir haben wohl nicht damit gerechnet. Dass ich hier sterbe. Fangen wir gleich von vorne an. Umso besser. wunderbar dann holen wir uns den Stern hier drüben und als nächstes hier unten die Karte nochmal und dann sterben wir hoffentlich nicht noch Wie können wir überhaupt sterben? Ich habe noch den Tod noch gar nicht freigeschalten So können wir hier aber weiter Schalten die Monster frei Musik! Evalent Melodie seit 2012 ganz oben in den Charts Speicherpunkte Spiel gespeichert Noch ein Stern Und noch eine Karte Sehr gut Geht doch schon mal ganz gut los Okay Praktiken kann ich mit meinem Schwert nicht kaputt machen Ist wohl kein besonders gutes Schwert So Die 16 Farben Anzeige Oh mein Gott Fabel Musik 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 Warum das alles? Habe ich nun wirklich gar keine Lust. Okay. Ach, wie ätzend. Wenn ich mich nicht so schlecht anstellen werde. Pfff. oh gott das war nicht die angreifen taste überhaupt nicht was angreifen so mein gott farbe erneut diesmal angreifen hier unten war nix habe ich mir nicht gemerkt offensichtlich so wir fliehen einfach mal vor der fledermaus nach jahrhundertelangen frieden trat eine uralte böse macht zurück ans licht um die welt von evolandia zu bedrohen ihr seid eins der wenigen verbleibende mitglieder des ordens der drachenritter dessen aufgabe es ist die welt zu bereisen um in den notleidenden zu helfen und das böse zu bekämpfen dank des jahrhundertelangen friedens hatte den letzter zeit nicht gerade viel zu tun aber es hier ganz so aus als würde sich das bald ändern da geschaltet handlung eine kurze geschichte um euch in diese neue welt zu entführen oder einzuführen einzuführen na katze noch ein stern was denn los katze 256 bit farben das ist schon fast echte grafik stimmt ja fast zeichen anzeigen zum glück scheint erhält diese zeichen lesen zu können diese fahrt ist nur für wendige abenteuer geeignet abenteurer also nicht für uns freie bewegung der dimension stein versperrt den weg versucht es mit dem fahrt im osten na dann auch im osten würde ich behaupten jetzt wo wir wendig sind passen wir hier nämlich durch die kann man nur von hinten angreifen inventar freigestalten nein ich will nicht inventar sehr gut freigeschaltet fahrt freigeschaltet alle monster zu töten ist bei eurer quest mitunter hilfreich kleine können wir noch nicht kaputt machen wie mir scheint freigeschaltet overworld die welt zu erforschen ist nett nehmt euch aber vor zufälligen begegnungen in acht für die zerstattern würd ich erstmal sagen hier geht es wieder rein und was ihr da kampf frage schaltet gegen den slie für 50 glieds erhalten das ist wohl die werbung und die werbung hier währung hier 7 sah fantastisch aus als es seinerseits 1990 erschien ein emuk 50 gliss gewonnen ist keine ahnung ich weiß nicht die währung hat gegen zwei slimes jetzt wird es aber anspruchsvoll hier also eigentlich noch nicht noch ist es nur angreifen tippen nach dem es eigentlich sonst noch nichts gibt hundergliss erhalten freigeschaltet ortsname hier erfahrt ihr die namen der orte die überreist die wiese so immer schön schauen dass man nicht gegen ihren schild schlagen freigeschaltet drühe freigeschalt alle monster zu töten kann ebenfalls schätze freischalten spiel gespeichert wem wohl diese drohe war gestaltet dorf warum ist die musik in dörfern immer so nervig niemand weiß es aber ich finde sie nicht nervig und zum gegenteil ist eigentlich ganz nett noch etwas leer das dorf wo ist denn die nächste truhe häuser betreten freigeschaltet ihr könnt jetzt beliebig in die privatsphäre andere eindringen jaja cool gastwirt falls ihr etwas mühse seid wartet ein warmes bett auf euch zu einem fairen preis ihr seht mädel aus möchtet ihr euch gegen 10 gliss in unserem gemütlichen gasthaus ausrufen die rettung der welt mit heldenkristallen von ha sagt sakaguchi glaube nicht dass ich das brauchen werde ich glaube auch nicht dass wir das brauchen mein krampf von a c phyros klingt nicht besonders unterhalts ne ne ist es bestimmt auch nicht so mal schauen ob wir hier auch noch irgendwas finden alle eure drohen sind alle eure drohen sind quer zu uns da gab es wohl ein übersetzungsproblem glaube auch wie man einen emu zu zubereitet von w wald lecker freigeschaltet laden inhaber bei diesem kaya könnt ihr jederzeit eure gil ausgeben gil ich dachte gliss vielleicht auch gils ups tut mir leid der nationale schwerverband verbietet uns waffen an kinder zu verkaufen verdammt schon nervig wenn man kind ist darf man noch nichts schau mal noch ins nächste haus nein darf ich nicht ok in das haus können wir wohl nicht freigeschaltet nsc endlich jemand zum reden oder auch nicht tut mir leid mit kindern rede ich nicht die karte toak frage schalten der ultimative führer für alles von s punkt miyamoto ein absolutes genie das medium ist die massage von m mclean wie passend nicht nicht noch keine weiteren bücher mehr scheinbar ich habe einen trank gefunden das ist wiederum gut so jetzt mal davon aus wachstumssamen essen könnte dann wäre ich kein kind mehr der samen den ich gefunden habe ist aber in den brunnen gefallen dort unten ist es dunkel und ich habe angst ihn zu holen ja gut also auf zum brunnen wo auch immer der war wir sind bestimmt schon vorbeigelaufen denke ich irgendwo bestimmt habe ich ihn jetzt nicht gesehen die brunnen betreten na klar freigeschaltet geheimer ort was zum teufel habt ihr hier zu suchen ihr habt einen merkwürdigen samen gefunden wollt ihr essen ja sind sie da wir sind erwachsen freigeschaltet größer werden was haben all die kinder im videospielen zu suchen weiß keiner so genau ist hier noch ein geheimnis die karte wurm sehr gut ich habe etliche merkwürdige geräusche in den örtlichen höhlen gehört vorhin hat uns ein mädchen besucht ist die eure freundin nein nicht dass ich wüsste die kristallhöhlen im norden sind ein gefährlicher ort angeblich lebt kefkas geist dort doch noch kein abenteurer ist zurückgekehrt um uns davon zu erzählen klingt nach unserem abenteuer also das war gar kein laden in den höhlen da vorne gibt es ziemlich starke monster mit eurer derzeitigen ausrüstung lassen wir euch nicht vorbei ok ausrüstung upgraden yay standard quest dazu zu sagen willkommen in papunica wir wünschen euch einen angenehmen aufenthalt danke sehr den habe ich bestimmt kaufen ein langschwert unser angriff ist erhöht kaufen eine kupfer röstung wir haben nicht genug gliss dafür verdammt gut also ganz kurz gliss farmen gilt keine ahnung weiß der nicht geht es irgendwo nein nein ok so komm weißt du dass hier irgendwo ein kampf ist wunderbar und da steht schon gliss warum heißt es dann gill hh apunica rei gestaltet ausrüstung jetzt seid ihr zum kampf gegen stärkere monster bereit oh verlassen wunderbar dann lässt ihr uns jetzt auch bestimmt durch wunderbar dann schauen wir doch gleich mal weiter hier erzwungener kampf jemand ruft um hilfe ich habe gehört wie jemand um hilfe gerufen hat sie wurde wohl von diesen monstern angegriffen den scaven ich verleihen ich bin ich bin ich bin nicht es ist aber knapp mit unserem leben wir ohne jetzt aber knapp mit unserem leben wir haben 180 gliss erhalten danke dass ihr mich vor diesem monster gerettet habt ich brauche den kristall aus der höhle um meine heimath-dorf zu zu retten. Helft ihr mir? Ja, nein. Freigeschaltet. Er hat zwungene Wahl. Hier scheint im Szenario die richtige Verzweigung zu fehlen. Ja, wir nennen sie Keres. So, was gibt's hier? Ich dachte, sie gab's was. Eine Katze liegt hier neben mir. Und bewegt sich da an. Ich wusste doch, dass hier irgendwas ist. Die versteckte Wiese. Echter Forscher, ihr habt die versteckte Wiese gefunden. Und auch gleich die Errungenschaft freigeschaltende Explorer. Heilen wir uns hier gleich mal ein bisschen, bevor wir dann doch sterben. So, wunderbar. 120 Gliss. Vergehen sogar immer mehr. 10 Flねben... Aber zum 3. Undo 4ắp. 3-2-3-2-4-2-4-4-5-4-6-6-5-4-6-0-1-4-4-0-1-4-6-6-5-5-1-2-1-4-9-4-gezi. wieder 120 ich sehr gut so hier ist nix mehr drin scheinbar kann man nur auf einen pool von kisten zugreifen auf einmal nicht auf jede einzelne blühe scheint ich erinnere mich daran dass von der kehr ist die angriffe sowieso ziemlich sinnlos sind wir können sie mal ausprobieren dann muss ich noch mal draufhauen also das lohnt sich nicht wirklich ein stern wunderbar gegen einen gegner kommen wir noch gut an da kann es nicht so viel passieren aber in drei dann schon haben wir es aber gleich hier jetzt geschafft mit einem bild ja außer mir und bitte nicht noch ein kampf aber bestimmt dachte wir wären schon am ausgang mehr war ich ja glaube ich gar nicht doch du hast noch eine kiste die karte schleim ich bin gerade damit vier von 23 und drei von 30 sternen ich dachte schon wir schaffen es in die höhle ohne kampf aber nicht ganz die kristall finden wir müssen den kristall finden seine kraft kann eure wahrnehmung der welt verändern und mit ihm könnt ihr das böse das mein dorf bedroht bekämpfen übrigens fällt mir gerade auf dass ich nie gefragt habe wie er heißt klink wer ist natürlich die 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 weil geschaltet ein namen endlich merkt das mädchen dass ihr ein echtes menschliches wesen seit cool hülmonster hoppla die höhle scheint bewohnt zu sein wunderbar ein tork den machen wir irgendwie nicht so viel schaden und du stehst auch noch daneben er macht uns auch viel schaden kannst du bitte aufhören immer daneben zu schlagen 70 gliss wunderbar ein trank naja ok man kann schon mehrere sachen in einer kistensammlung finden ach keres was kannst du eigentlich uns zumindest teilen ist ja schon mal nicht so schlecht ich denke mir immer warum das die denn jetzt nicht ist er dir zu groß oder erfahrungspunkte jetzt bekommt ihr fürs kämpfen ep und steigt zu neuen stufen auf cool level ab frage schalten 50 gliss und 3 erfahrungspunkte 3 freigeschaltet ein stern wunderbar ich werde wahrscheinlich nicht alle sterne sammeln will ich stark anzweifeln Könnt ihr auch für eine Art, beide da und daneben zu hauen. Danke. Geris, du bist fürs Kämpfen absolut ungeeignet. Ja, ich auch. Geris hat getroffen und wir dreimal nicht. Kidel hat Stufe 2 erreicht. Sein Wert für Angriff wurde erhöht. Geris hat Stufe 2 erreicht. Der Wert für Verteidigung wurde erhöht. Gut, das kann ich gebrauchen. Frage, Gestalt Lebensqualität. Etwas frisches Wasser halt all eure Wunden. Da wollen wir speichern. Kupra Zero. Ein Schaden gleich. Mach nicht zu viel auf einmal, Geris. Die Karte ist Gave im Freigeschalten. Okay, Knöpfe haben wir wohl noch nicht freigeschalten. So, wenn es immer wäre. Hm. Das wäre schon angenehm. Müssen wir wohl zurück. Hier geht es ja irgendwie nicht weiter. Müssen irgendwo Knöpfe freischalten. Wunderbar. Noch mehr Erfahrungspunkte. Yay. Warum müssen wir noch hier noch? Hier waren wir noch nicht. Nice. Wo finde ich das dann? So, Stufe 3 erreicht. Wunderbar. Ah, hier geht es nicht weiter. Gut, zwei Schlangen. Okay, haben wir Bon hinten die eine gleich. Sehr gut. Und die andere auch. Na ja, wir sind, haben ja mehr Erfahrungspunkte. Meine Katze wieder. Schön, wenn es bitte immer ist. Kann ich den Knopf hauen oder? Oh ja, tatsächlich. Irgendwo ist irgendwas passiert. Okay, aber wo? Jetzt muss ich die Katze kurz rauslassen. Sonst miaut sie die ganze Zeit. So, sehr gut. Wum passiert hier? Ähm, ja. Hier oben sind bestimmt die Steine weggefahren, oder? Ha, wusste ich doch. Der Dimensionsstein. Ihr habt den Wächter des Christals aufgewählt. Boss, Kevkars Geist. Der hier ist, sieht mächtig aus. Viele Jahrhunderte lang wachte er über den Kristall. Er scheint jedoch von einer bösen Macht verdorben worden zu sein. Vermutlich von derselben bösen Macht, die mein Heimatdorf angegriffen hat. Holen wir uns den Kristall. Wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen. Das ist ein guter Plan. Dann greif mir den noch ein paar Mal an. Freigestattet, Boss-Animation. Und schon sieht er viel gefährlicher aus. Oh, ja. So, jetzt müssen wir uns mal heilen. Nachdem der Boss doch irgendwie 20 Schaden macht. Phantom-Konter. Oh, okay. So was kann's so. Okay. Ich find's schön, wie wenn sie A-Greif nur hinläuft haben. So ungefähr mal. Sehr schön. Ich weiß, dass ihr mich konntet jedes Mal. Aber ich weiß auch nicht, was ich tun soll dagegen. Wir machen ihn einfach tot. Tatsächlich. 400 Gliss und 20 Erfahrungspunkte. Stufe 4. Sein wertvoll Leben wurde... Kraft des Kristalls wurde aktiviert. 3D-Modus. Ihr erhaltet eine komplette dritte Dimension. Krass. Die Kraft des Kristalls ist unglaublich. Jetzt kann ich das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Ah, Entschuldigung. Sie spielt. Um an den Linkur gelangen, müssen wir aber die Norian-Mine durchqueren. Danke für eure Hilfe. Ihr seid mein Held. Schön. Die Norian-Mine. Oh, okay. Haben wir gesehen, da hinten ist gelb. Da müssen wir bestimmt hin. Wunderbar. 16-Bit Musik. Boah, die Musik entwickelt sich auch weiter. Herzen, ihr werdet nicht mehr mit einem Schuss niedergesteckt. Sehr gut. Die Karte Zumba. Die Karte Zumba.